Lopinda. Pool. Dad. Wieso der fesche rote Anzug, Mr. Pool? Wenn du mitkriegst, dass dein schlimmster Feind hinter deine Mädchen her ist, ist es höchste Zeit, ein scheiß Superheld zu sein. Musik ab! Hey! Ich hab nur zwölf Kugeln, die müsst ihr euch also teilen. Heute Abend mach ich's mir selbst. Deadpool. Wir können sowas nicht zulassen, Deadpool. Colossus. Niemand wird verletzt. Der Typ war schon vorher da oben. Im Kino. Ach, hi. Ihr denkt sicher, ein Freund hat mir gesagt, das ist ein witziger Actionfilm. Tja, Überraschung. Das ist eigentlich... Ihr Glücklichen. Eine Liebesgeschichte. Wenn dein schlimmster Feind hinter deine Mädchen her ist, ist es höchste Zeit, ein scheiß Superheld zu sein. Wir können sowas nicht zulassen, Deadpool. Niemand wird verletzt. Deadpool. Oh, geil. Im Kino. Hör zu, ich hab nachgedacht. Wirklich? Wieso wir so'n gutes Duo sind. Und wieso? Na ja, dein Wahnsinn passt zu meinem Wahnsinn. Aber wie? Und wir sind wie zwei Puzzleteile, die so'n eigenartigen Umriss haben. Und wenn man sie zusammensteckt, dann kann man das Bild erkennen. Genau. Wait. Es gibt da was, was ich dich fragen wollte. Aber ich frag das jetzt nur, weil du mich noch nicht gefragt hast. Willst du, ähm, ihn reinstecken? Mich heiraten? Wollte ich auch sagen. Wo hattest du den versteckt? Nirgendwo. Das ist der Deal. Ihr geht an einen sehr üblen Ort. Wow. Und tut etwas, wobei ihr drauf geht. Dann retten wir mal die Welt. Wow. 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 Wow.